Warum gibt es in der Zauberwelt von Harry Potter überhaupt Armut? Warum wundert es uns nicht, dass die Familie Weasley arm ist, obwohl sie sich doch fast alles herbeizaubern könnte? Weil wir es gewohnt sind, dass Filme, Bücher und Musik den gesellschaftlichen Status quo reproduzieren. Meint zumindest Theodor Wiesengrund Adorno, Philosoph, Soziologe und Komponist, Sohn einer bildungsbürgerlichen Familie und einer der wichtigsten Vertreter der kritischen Theorie. Die kritische Theorie, auch Frankfurter Schule genannt, ist ein gesellschaftskritisches Projekt. Maßgeblich entwickelt in den 1930er Jahren am Frankfurter Institut für Sozialforschung. 1938 verließ Adorno Nazi-Deutschland und ging in die USA. Dort im Exil verfasste er zusammen mit Max Horkheimer eines der Schlüsselwerke der kritischen Theorie, Die kritische Theorie ist eine normative Theorie. Sie beschreibt also nicht nur, wie unsere Welt ist, sondern sagt auch, wie sie sein sollte. Für Adorno und Horkheimer war das Ziel eine Gesellschaft mündiger Individuen. Das theoretische Fundament der kritischen Theorie bilden Sigmund Freuds Psychoanalyse und Karl Marx Kritik der politischen Ökonomie. Beide Perspektiven machen Unsichtbares sichtbar. Freud zeigte, wie das Unbewusste unser Denken und Handeln steuert und Marx demonstrierte, wie sehr Ökonomie die Gesellschaft strukturiert. Die kritische Theorie fragt, warum die Welt ist, wie sie ist, obwohl sie doch besser sein könnte. Warum wir also nicht in einer Gesellschaft mündiger Individuen leben. Ein Faktor ist die Kulturindustrie, ein Begriff aus der Dialektik der Aufklärung. Die Kulturindustrie bringt massenhaft Produkte hervor. Filme, Musik, Gemälde, Bücher. Sie sind Waren, also Massenprodukte, die konsumiert werden sollen. Diese Massenprodukte erzeugen keine Kritik an den bestehenden Verhältnissen. Ihre Produktion ist technisch standardisiert und soll möglichst wenig kosten. Ihre Verbreitung folgt der Marktlogik, das Ziel größtmöglicher Gewinn. Die Kulturindustrie ist also nach den Grundprinzipien einer kapitalistischen Wirtschaft organisiert. Filme oder Bücher reproduzieren den gesellschaftlichen Status quo als einzig denkbaren Zustand. Ganz nach dem Motto, alles gut, so wie es ist. Soziale Ungleichheit zum Beispiel wird damit zum Naturzustand verklärt. Darum wundert es uns auch nicht, wenn es in der Welt von Harry Potter Armut gibt, obwohl fast alles herbeigezaubert werden kann. Soziale Ungleichheit erscheint uns völlig normal. Verantwortlich dafür ist unser affirmatives Bewusstsein, sagt Adorno. Das affirmative Bewusstsein ist eine Art des Denkens, das sich Alternativen nicht vorstellen kann, bestehende gesellschaftliche Verhältnisse also nicht hinterfragt. Kulturindustrie wiederum verfestigt dieses affirmative Bewusstsein. Der Ist-Zustand wird immerfort als normal und erstrebenswert reproduziert. Auch Herrschafts- und Machtverhältnisse werden damit als naturgegeben verinnerlicht. Dieser Glaube an die Natürlichkeit von Herrschaftsverhältnissen ist Ideologie. So ist Adornos Kritik an der Kulturindustrie auch als Ideologiekritik zu verstehen. Kulturindustrie wird aber nicht von irgendeiner Elite gelenkt, sondern von den Wünschen des konsumierenden Publikums nach Unterhaltung, Zerstreuung, Entspannung. Kulturindustrie gibt uns das Versprechen von Glück im bestehenden gesellschaftlichen Zustand. Kulturindustrielle Produkte sind also ganz nach ökonomischen Gesichtspunkten strukturiert, als Massenware. Sie sollen vor allem eins, konsumiert werden. So dringt Kulturindustrie in uns ein und verstärkt unser affirmatives Bewusstsein. Wir sagen Ja zu bestehenden Herrschaftsverhältnissen. Wir hinterfragen sie nicht, weil sie uns ganz natürlich erscheinen. Kritische Theorie entlarvt dies als Ideologie. Übrigens, auch dieses Lehrvideo ist ein kulturindustrielles Produkt. In seiner Kürze kann es lediglich das hervorbringen, was Adorno Halbbildung nennt. Wer mehr möchte, kommt nicht drumherum, den einen oder anderen Originaltext von Adorno zu lesen. Auch hier ist ein kulturindustrie. Über die Lage ist ein kulturindustrie. In seinem Kürze ist ein kulturindustrie. Für die Lage ist ein kulturist.